Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal mit den schönsten Menschen, die hier wieder eingeschaltet haben. Freunde, ich bin sehr gespannt. Wir hören natürlich weiter rein ins Nina Chuba-Album. Vergesst nicht abzuchecken, Freunde. Gestern Nacht bzw. heute Morgen haben wir natürlich schon auf den neuen Song reagiert, der mit Rin rausgekommen ist. AMG. Und auch auf Domitianer und Bad Noms Jade zusammen. Freut euch also auf die Videos, falls ihr sie noch nicht gesehen haben solltet. Ansonsten haben wir jetzt hier Lights Out am Start. Ja, muss ich sagen, ich freue mich drauf. Bis jetzt ist das Album wirklich ein Kracher-Album. 10 von 10. Und es freut mich auch, dass ich auf die 1 gegangen bin. Damit verdienterweise. Ja, hören rein. Let's go. Boah. So angenehm, wie sie schwindelig ausgesprochen hat. Ich glaube, ich bin der einzige komische Typ, dem immer solche kleinen Sachen auffallen oder überhaupt, keine Ahnung, interessant findet. Aber diese kleinen Nuancen bei ihr. Retten. Ja, wir drehen uns im Kreis. Mir wird schwindelig. Bin ich okay oder schwindelig? Will dich wiedersehen, deshalb sag ich nichts. Bin ich, dass du gehst, doch du fragst mich nicht. Ey, schau, schau. Boah. Ich mag, wie du mich grad anschaust. Ja, Mann. Ey, jetzt, ich höre, ich, 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 check da immer so, ah, stimmt, dieser Part war in der Hörprobe, die wir schon gehört haben. Und es ist so angenehm, diese Songs jetzt endlich ganz hören zu können. Ich gehöre dir, wenn es nacht ist. No love in here, aber macht nichts. Ich seh leise aus. Du auch, auch. Und du bist gut drauf. Alles so leicht, wenn wir heißen. Jedes Mal wieder das Gleiche. Will dich nur vergessen, brauch ne Amnesie. Himmel, grau, cloud, nein. Boah, auch diese kurzen Pausen so, die Art und Weise, wie sie manche Sachen ausspricht. Und die Tempo-Switches. Stark. Ich glaube, Uber ist, ist, ähm, monatlich mit meine höchste Ausgabe. Also wirklich, Junge. Uber, es ist, es ist nicht, nicht mehr lustig. Aber, ähm, gerade wenn man irgendwie in Berlin oder Hamburg ist, äh, ey, das ist halt, da bist du, gut, es kommt natürlich auf den Tag an, manchmal bist du mit dem Auto auch echt langsamer unterwegs. Aber wenn du von einem Ort der Stadt an den ganz anderen musst, dann in 20 US-Bahnen rein oder so, da ist halt Uber einfach the way und die sind halt echt innerhalb von einer Minute da. Was für mich krass ist, ich komme eigentlich so vom Dorf eher und da hast du Glück, wenn du ein Taxi überhaupt bekommst, äh, was dann auch noch 50 Euro Anfahrt nehmen will oder so. Von daher ist das schon, äh, Kulturschock für mich gewesen in der, in der Großstadt quasi. Bin ich okay oder schwindelig? Will dich wiedersehen, deshalb sag ich nichts. Will nicht, dass du gehst, doch du fragst mich nicht. Boah, so ein geiler Vibe. Das ist so ein Vibe, der bei, bei Spotify in den Me Right Now Playlisten gut kommen würde, sagen wir. Boah, so ein geiler Beat, man. Super Vibe hier und auch hier habe ich so, sofort wieder dieses Feeling so ein bisschen von, von ihren englischen Songs gecatcht. Stark. Sehr, 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 sehr stark finde ich. Holy shit, ey, ich sag's bei jedem Song wieder, ich sag's bei jedem Song wieder, ähm, aber, bis jetzt habe ich wirklich keinen gefunden, der mir gar nicht zugesagt hat oder so. Also es ist wirklich ein Album, was, was vielseitiger fast schon nicht sein könnte, auch wenn, äh, vom Vibe hier natürlich manche Songs sich ähneln, ähm, gibt es wirklich, ähm, vom, vom Feeling her Songs, die, die, die ganz viel Bock auf Party machen, Songs, die super nachdenklich sind irgendwie und, ähm, gerade diese Vielseitigkeit schätze ich so übertrieben. Ähm, ich freue mich sehr, der nächste Song ist tatsächlich auch Glas, dann haben wir noch Glas und Tinnitus offen und dann sind wir durch. Es hat ein bisschen länger gedauert als gedacht, sorry Freunde, für die kleine Verspätung, ähm, aber es, keine Ahnung, macht irgendwie Bock mit euch Musik zu hören und ich freue mich so über eure ganzen Kommentare immer, äh, deswegen Shoutouts an alle, die wirklich aktiv kommentieren, äh, ich freue mich immer, die selben Namen zu lesen und, äh, eure Meinungen zu den Songs zu hören, ähm, keine Ahnung, ist so ein schöner Austausch, den wir hier haben, von daher vielen Dank dafür, Freunde. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns natürlich bei einem weiteren wunderbaren Video. Ihr bleibt einfach so fresh und gut aussehend wie immer, dann macht ihr auf jeden Fall nichts falsch im Leben und, äh, ja, dann sehen wir uns, bis dahin, tschüss.